Welche Höhen- und Tiefensängerin Michelle in ihrem Leben durchmachen musste und warum sie trotzdem dankbar ist. Michelle, 52, zwischen Verzweiflung und Erfolg liegt manchmal nur ein hauchdünner Vorhang. Die Schlagersängerin weiß das zu gut, sie kennt beide Seiten. Doch ihr größter Antrieb ist die Liebe. Michelle, ihr flogen die Herzen zu. Wer Liebe lebt, dieser Hit brachte ihr einst den beachtlichen Achterplatz beim Eurovision Song Contest. Und auch als dieser am 13. Mai 2023 Musikfinz glücklich und wütend macht, singt und sucht Michelle, 51, selbst immer noch von und nach der Liebe. Dabei flogen ihr die Herzen zu. Ihre sexy Auftritte wirken wie ein Magnet, in ihrem Publikum ist der Männeranteil ungewöhnlich groß. Aber die Liebe, sie blieb nicht bei ihr. Es gibt für jeden Topf einen Deckel, gestand sie vor einiger Zeit. Ich bin wohl ein Wock. Scheißkerl heißt einer ihrer Hits, Idiot ein anderer. Sie liebte ihre Männer trotzdem, oder gerade deshalb. Drei Kinder hat sie mit drei Vätern bekommen, darunter der Schlagerkollege Matthias Reim. Manche tun sich mit einer Sicherheit mit dem Falschen zusammen, die man fast für Absicht halten könnte. Oder für eine falsche Prägung aus frühen Tagen. Im Zuhause des Kindes Janjahur, wie Michelle eigentlich heißt, in Villingen-Schwenningen, waren die Vorbilder jedenfalls denkbar ungünstig. Schlagerstar Michelle, falsche Vorbilder hatte sie im Leben wohl mehr als genug. Die Mutter eine Trinkin, ihr Vater ein gewalttätiger Lastwagenfahrer, erzählt Michelle. Bibernd saß sie mit ihren beiden Geschwistern unterm Bett, wenn zwischen den Eltern die Fetzen flogen. Ich dachte als Kind immer, dass es normal sei, wenn jeden Tag Gewalt ausgeübt wird, erinnert sie sich. Mit neun Jahren kam sie in eine Pflegefamilie und vom Regen in die Traufe. Die Pflegeeltern prügelten die 13 Kinder, die sie bei sich wohnen hatten. Mit gerade mal 14 Jahren landete Michelle auf der Straße. Michelle, von der Straße auf die ganz große Bühne. Sie begann in einer Band zu singen und wurde von einem Toningenieur entdeckt, der sie zum Südwestfunk brachte. Dort wurde die Schlagersängerin Christina Bach auf sie aufmerksam. Schon Michelles erste Single, und heute Nacht will ich tanzen, brachte sie in die ZDF-Hitparade. Doch das Leben hatte noch ein paar Aufgaben für sie. Schwäche Anfälle, die sie zum Tourneeabbruch zwangen, künstliches Koma, ein Schlaganfall, private Insolvenz. Wie oft bin ich gestolpert, zog sie kürzlich Bilanz. Aber ich bin immer wieder aufgestanden. Michelle, trotz aller Prüfungen des Lebens ist sie heute für vieles dankbar. Rückblickend empfindet sie für ihre Eltern sogar Dankbarkeit, weil die Ehe gezeigt hätten, wie das wahre Leben ist. Und sie hat ihnen verziehen. Nur wenn man vergibt, kann man weitergehen. Wer wütend ist und hasst, der stagniert und bleibt im Leben stehen, hat sie für sich gelernt. Ihr letztes Album erschien letztes Jahr unter dem Titel 30 Jahre Michelle, das war's. Noch nicht. Es landete in den Top 10. Auch auf der Bühne ist sie dieses Jahr noch öfter zu sehen, bei der Schlagernacht des Jahres. Da wird sie wieder die Liebe treffen. Die Liebe ihrer Fans. Wo geht es? Untertitelung des ZDF, 2020